Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im letzten Wochenende des Februars. Bei uns ist heute frühlingshaftes Wetter, es scheint die Sonne und ich freue mich dann schon raus zu gehen. Es ist allerdings echt kalt, es sind glaube ich knapp drei Grad, also man merkt schon, die Sonne täuscht. Aber es ist echt schön, wenn man morgens einfach aufwacht und die Sonne scheint oder auch tagsüber man abends nach der Arbeit noch rausgehen kann und es einfach hell ist und es war teilweise schon eine schöne Woche, wenn nicht immer so ein bisschen dieses komische April, Schnee, Regen, Sonnewetter gewesen wäre. Aber darum soll es ja gar nicht groß gehen, sondern natürlich über die Bücher in meiner Woche. Und da habe ich tatsächlich eins noch zu Ende gelesen, was ich euch ja letztes Wochenende schon vorgestellt habe und ein weiteres komplett in der Woche gelesen. Und zwar habe ich Clash of Kings von George R. R. Martin zu Ende gelesen. Ist ja ein knapp 1000 Seiten Buch, dementsprechend braucht man natürlich ein bisschen länger dafür. Ist der zweite Teil der Song of Ice and Fire Saga, Game of Thrones Teil 2 sozusagen. Und Infernale von Sophie Jordan aus dem Löwe Verlag habe ich diese Woche begonnen und auch beendet in einem Ratzfatz Tempo. Ihr findet unten wieder die Zeiten, wann ich mit dem jeweiligen Buch beginne, etwas darüber zu erzählen und auch wenn das andere Blabla, was unter anderem diese Woche dann auch ein sehr geiler Neuzugang ist, findet ihr alles unten, wenn ihr nicht das ganze Video angucken wollt, sondern vielleicht euch einfach nur eins der Bücher interessiert. Und ich denke, wir starten jetzt direkt mit Clash of Kings von George R. R. Martin. Es ist der zweite Teil der fünfteiligen Saga von einem Lied von Eis und Feuer oder über Eis und Feuer? Ja, von Eis und Feuer wahrscheinlich. Und zu Deutsch ist das ja der dritte und vierte Band im Deutschen sozusagen. Der dritte Band ist der Thron der sieben Königreiche und der vierte Band heißt im Deutschen die Saat des goldenen Löwen. Habe ich mir mal rausgeschrieben, weil ich halt nicht weiß, wie die Bücher im Deutschen heißen. Die Serie ist ja nur bekannt unter Game of Thrones und passt sich im Grunde dem ersten Teil an, denn es geht ja in dieser Saga mehr oder weniger um den Kampf um den Eisernen Thron der sieben Königreiche. Der, ja, das sieht man ja auch wieder am Titel sozusagen des dritten Buch, der Thron der sieben Königreiche. Ja, Clash of Kings schließt im Grunde genau da an, wo Game of Thrones aufgehört hat. Das ist jetzt das englische Buch. Ich habe einen fünfteiligen Schuber. Es sind auch alle fünf Teile, die bisher erschienen sind. Wer sich jetzt wundert und sagt, hä, es kommt doch demnächst in der Serie die sechste Staffel. Ja, das ist richtig. Allerdings ist diesmal, ja, die Serie schneller als das Buch. George R. R. Martin hat es nicht fertiggebracht, das sechste Buch zu schreiben. Er hat auch kein Enddatum mehr bekannt gegeben. Und das finde ich persönlich schon ein bisschen erschreckend, weil ich denke, ich hätte schon auch gerne sein Ende irgendwie gewusst. Also, ja, er arbeitet natürlich mit den Serienmachern zusammen. Ich habe da auch einiges recherchiert. Ich bin da viel auf Google, Wikipedia, irgendwelchen Foren unterwegs. Also, mich hat diese Welt wirklich komplett eingenommen. Ich habe ja mit der Serie begonnen. Für alle, die es noch nicht wissen, habe jetzt schon den ersten Band im Englischen gelesen. Und ich mag dieses amerikanische Englisch unglaublich gern. Ich mag, wie George R. R. Martin etwas rüberbringt. Ich mag diese Direktheit in der Sprache, die er verwendet. Ich mag die Welt, die er geschaffen hat. Die ist ja sehr ans Mittelalter angewendet. Fantasy-Elemente hat es ja nur sehr wenige. Man könnte natürlich von den Jahreszeiten sprechen, dass die Fantasy sind, weil die eben nicht, wie bei uns bekannt ist, also vier Jahreszeiten, circa drei Monate. Das ist da nicht so. Es gab jetzt aktuell, bevor die Geschichte einsetzt, einen langen Sommer. Und jetzt naht eben der Winter. Und wir haben eben eigentlich ursprünglich in dieser Welt sieben Königreiche. Haben dementsprechend auch jetzt im Grunde noch sieben Bereiche. Und früher war es eben so, dass wir auch sieben Könige hatten, bis die Targaliens gekommen sind. Das waren die Herrscher mit den Drachen. Das ist auch ein Fantasy-Element. Und die eben das Königreich komplett unter ihrer Herrschaft gebracht haben. Also so, dass sie im Grunde nur noch hohe Lords hatten. Und eben Stadthalter, Landhalter. Aber trotzdem sie im Grunde der König der sieben Königreiche waren. Und das scheint jetzt eben seit dem ersten Teil ein bisschen zu verfallen. Es gibt ab und vier bis fünf Könige. Auch wir haben eine Khaleesi, die eigentlich, wenn es nach dem Geburtsrecht geht, im Grunde eigentlich den meisten Anspruch auf den Thron der sieben Königreiche hat. Denn Daenerys ist eine Targaryen und wird auch dann die Mutter der Drachen genannt. Weil eben doch die Drachen weiterhin eine große Rolle spielen. Und der zweite Teil setzt eben, wie gesagt, am ersten Teil an. Es geht einfach so weiter und man ist sofort auch wieder drin. Mich hat ja dieses Buch unglaublich wieder angelächelt in meinem Regal und gesagt, lies mich, lies mich, lies mich. Und das habe ich gemacht. Und es gibt einige Unterschiede zur Serie, die ich aber persönlich, ja, ich finde, sie bringen die Geschichte in der Serie weiter und auch ein bisschen schneller weiter. Es ist aber einfach schön, im Buch einfach ein bisschen mehr Details zu haben. Es gibt auch Charaktere, die tauchen in der Serie gar nicht auf. Ich glaube, dass manches dann nach oben hin vielleicht sich extremst unterscheiden wird, wenn es in den Bänden weitergeht. Im Grundzug sind natürlich auch die Charakterbeschreibungen ein bisschen anders. Man ist im Buch viel, viel jünger, als es dann die Seriendarsteller sind, was mir gerade bei Rob Stark und auch Jon Snow einfach ein Problem gibt. Weil die werden als 1516 beschrieben und sind natürlich schon sehr erwachsene Menschen und Männer in der Serie, auch wenn man über Renly nachdenkt. Das ist der junge Bruder von Robert, dem eigentlichen Baratheon-König auf dem Thron, der ja im ersten Teil gestorben ist. Auch einer, der sich streitet um den Thron. Und die werden alle viel, viel jünger dargestellt in den Büchern. Und man hat dann natürlich eigentlich ein jüngeres Bild. Durch die Serie hat man aber ja schon ein vorgefertigtes Bild. Und das ist so ein bisschen trenzig. Aber ich habe schon die Seriencharakter vor Augen. Also gerade von den Charakteren, die es auch gibt. Und ich glaube, dass das durch das Lesen um einiges leichter macht, weil man eben schon so eine gewisse Vorstellung hat. Man weiß ja, dass man die Serie auch schon kennt. Ein bisschen, wo geht der Weg hin? Und ich weiß nicht, ob einem da manche Dinge ein bisschen anders auffallen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt auch dann mit der zweiten Staffel der Serie wieder angefangen. Und da merkt man schon Unterschiede, wo man denkt, hä? War das so im Buch? War mir das so? Ist mir das irgendwie nicht aufgefallen im Buch? Hatte ich zum Beispiel mit Renly und Ser Loras, wo ich mich wirklich gefragt habe, die gehen sich doch ziemlich an die Wäsche in der Serie. Und ich dachte irgendwie, hä? War das im Buch so deutlich, dass die beiden aufeinander stehen? Also ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Mir war irgendwie schon im Unterbewusst, ja, ich habe es ja das erste Mal sehen, auch aufgenommen. Habe aber das gar nicht so in Erinnerung und dachte jetzt irgendwie, hm, das wird doch gar nicht so dargestellt. Man macht natürlich in der Serie auch Geschichtstränge wie Rob Stark, die im Buch ja gar keine Perspektive haben. Aber man will natürlich eine runde Geschichte darstellen und hat natürlich nur zehn Folgen, 50 Minuten und das von 1000 Seiten. Ich meine, es kommt schon in etwa hin. Man sagt ja immer pro 100 Seiten Geschichte eine Stunde Film. Das passt in etwa schon. Das ist von der Zeit schon gut. Und ja, ich finde beides gleichermaßen geil. Also ich liebe es, in diese Welt einzutauchen und ja, ich finde es einfach Hammer. Also es ist wirklich meine Welt, auch wenn ich nicht da drin wohnen möchte. Das ist der große Unterschied, den ich schon mal so sagen kann, zur Mittelerde. Wenn, dann möchte ich irgendwo, ich weiß noch nicht wo, an einem schönen, so einem ruhigen Ort leben. Mir fiel schon im ersten Teil und jetzt auch im zweiten so manche Parallele zum Herr der Ringe auf. George R. Martin macht ja auch kein Hehl daraus, dass er ein großer Fan von Tolkien ist und Tolkien und Mittelerde und gerade den Herr der Ringe aber so ein bisschen softes Fantasy nannte. Und er wollte ja genau das, was er bei Herr der Ringe nicht bekommen hat. Nämlich bei Herr der Ringe hat man ja eine relativ große Sicherheit, dass viele Charaktere zwar in eine Schlacht und einen Krieg ziehen, aber die wohl überleben werden, ohne jetzt jemanden bei Herr der Ringe zu spoilern. Wir haben da ja auch den einen oder anderen Verlust. Und er will ja wirklich überraschen. Er will, dass man entsetzt ist und weiterblättert und immer bangt um seinen Charakter, der einem näher gekommen ist, dem man sympathisch findet, mit dem man mitfiebert und es ist eben keiner sicher. Und das betont er sehr oft in Interviews, wie ich das so gelesen habe. Und wer die Serie kennt, weiß, dass das ja durchaus stimmt. Da hat man ja schon den ein oder anderen Verlust erlitten. Oder eben auch, dass Charaktere wirklich in eine ganz andere Richtung einschlagen und von gut zu böse werden oder offenkündig gut, aber doch irgendwie ein reines Herz haben. Also das hat er wirklich sehr geschickt gemacht. Und das wird mir sehr deutlich, wirklich auch beim Lesen, wie unterschwellig hier die Charaktere eben auch eigentlich handeln und dabei sind und auch einfach ein scharfer Charakter werden und sehr gut gezeichnet sind. Also er hat da echt sehr viel Wert drauf gekriegt. Und ja, ihr merkt, ich kann eigentlich durchweg nur schwärmen. Ein geiler zweiter Band. Am liebsten, muss ich eigentlich sagen, hätte ich direkt weitergelesen. Aber ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, so jeden Monat einen. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich erst noch mit der Serie weitermachen, weil ja im März dann die fünfte Staffel auf DVD herauskommt und ich die vorbestellt habe. Und dann die sechste Staffel ja im April losgeht. Und da möchte ich ja vorher die Serie angeguckt haben. Zudem habe ich im März dann auch noch Urlaub eine Woche. Und ja, da werde ich dann vielleicht einfach den dritten Band lesen. Ja, also ihr werdet auf jeden Fall noch einiges von Game of Thrones hören. Ich hoffe, es langweilt niemand, wenn ich ständig so davon schwärme. Das Problem natürlich bei etwas dickeren Büchern, die in der Taschenbuchform sind, sind, dass man dann auch immer mal so einen Knick hat. Also ich habe jetzt, glaube ich, drei Knicke im Buchrücken. Es stört mich nicht. Es sieht gelesen aus. Und ja, aber das ist natürlich wirklich bei tausend Seiten. Und das ist sehr dünnes Papier. Das ist ja echt ein Wälzer. Ist das natürlich nicht vermeidbar, wenn man es einfach mal in der Hand hält. Wäre ja komisch, wenn nicht. Aber stört mich nicht. Echt nicht. Aber es fällt halt einfach auf, es ist echt ein dickes Buch. Vielleicht sollte man diese Bücher doch dann tatsächlich als E-Book lesen. Aber sie sehen ja auch im Deutschen sehr schön im Regal aus. Aber mir sind halt wirklich 15 Euro für zehn Bände. Das ist ja wirklich eine Anschaffung da. Ja, brauche ich mal einen Gewinn. Dann, ah, was ich noch vergessen habe. Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus dem Buch, was ich sehr cool fand von Tyrion. Das habe ich mir auch tatsächlich noch aufgeschrieben. Und zwar Schlafen ist gut und Bücher sind noch besser. Und ich musste so, so schmunzeln bei diesem Buch, weil ich dachte, ja, Tyrion, du sagst absolut was Richtiges. So fühle ich mich gerade auch. Wer braucht Schlaf, wenn er so ein geiles Buch lesen kann? Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, dadurch, dass ich es mir auch einfach aufgeschrieben habe. Dann geht es weiter mit einem Buch, das mir vom Löwe Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Infernale von Sophie Jordan. Ist jetzt ganz aktuell im Februar erschienen. Um genau zu sein, am 15. kostet als Hardcover 16, nein, 17,95 und als E-Book 13,99 und ist der Auftakt einer Duologie, also einer zweibändigen Reihe. Und es ist vom Genre her schon Jugenddystopie mit sehr harten Einschlägen. Ja, Sophie Jordan, manchen vielleicht bekannt aus der Firelight-Trilogie, die ich damals sehr verschlungen habe, sehr geliebt habe, ganz, ganz toll fand und auch heute noch in guter Erinnerung habe. Und um was geht es in Infernale? Wir sind hier in einer Welt, die die Gene besonders intensiv studiert haben und es gibt ein HTS-Gen, das auch das Mörder-Gen genannt wird. Das heißt, viele Mörder oder auch Schwerverbrecher haben dieses Gen in sich und es wird darauf geschoben, dass sie eben so bösartig sind und ja eben morden oder ja eben auch verletzend und auch ein bisschen sadistisch vielleicht sind. Und wir sind dabei, als noch, ich glaube, ab einem gewissen Alter erst getestet wird, irgendwann mit 15, 16 und wir treffen auf Davy, die an eine normale Schule geht, eine Hochbegabte, sehr viele Instrumente spielt, singen kann und ihr, ja, Schule, also ihr Zukunft im Grunde eigentlich schon feststeht, dass sie auf die Juilliard geht, ein relativ bekanntes College, was wir, glaube ich, auch in Deutschland durch Filme und Sonstiges sehr gut kennen. Und sie hat einen lieben Freund, eine tolle Freundin, einen super Freundeskreis und ist auch sehr beliebt. Bis eines Tages sie in die Schule, glaube ich, gebeten wird oder heimgebeten wird und ihr dann gesagt wird, dass sie eben das Mörder-Gen in sich trägt und ja, ihre Familie das noch relativ gefasst aufnimmt, zumindest zu Beginn. Allerdings sich ihre Freunde und gerade ihr Freund relativ schnell von ihr abwenden und sich für sie das Leben wirklich schlagartig ändert, denn als ihr Freund sie sehr blöd behandelt, sie ihm eine knallt, was ich absolut richtig finde. Ich bin kein Mensch, der Gewalt gut findet, aber er hat es nicht anders verdient. Und sie dann auch noch gekennzeichnet wird, wie man es auch hier sehen kann, kann man sich die Kennzeichnung, denke ich, einfach am Hals so vorstellen, eben mit diesem Haar, dass es sie eben HTS trägt. Und mit dieser Kennzeichnung ist dann das Leben an der normalen Schule vorbei. Es gibt eine Schule, die auch diese Träger eben aufnimmt und sie mehr oder weniger in einem Käfig am Tage hält. Sie müssen früh eine halbe Stunde später kommen, abends eine halbe Stunde später gehen, damit sie den normalen Kindern nicht über den Weg laufen. Und es passiert, dass ein paar HTS-Träger der Meinung sind, oh, jetzt benehmen wir uns mal genau so, wie es von uns erwartet wird, um sich schießen und dass das Leben aller HTS-Träger sozusagen verändert, weil sie jetzt in Internierungslager gebracht werden. Auch Davy ist dabei. Zum Glück dürfen zwei ihrer neuen Schulfreunde schauen und gilt ebenfalls in dieses Lager. Allerdings werden wir verschont von diesem Internierungslager, denn alle drei machen wohl einen sehr hochbegabten Eindruck und kommen auf eine Art andere Schule. Aber ob das besser oder schlechter ist, das erleben wir in diesem Buch. Die Idee der Geschichte finde ich sehr genial. Ich fand es schon super interessant, als ich den Klappentext gelesen habe zur Bucherscheinung und dachte mir, das ist doch mal ein Thema. Also es ist ja, glaube ich, mehr als nur ein Thema. Man macht Gentests, man versucht den Menschen besser zu durchschauen, warum er manches tut und manches nicht. Wie ticken Menschen und wie könnte man Einfluss darauf nehmen? Und sind wir ganz ehrlich, haben wir nicht alle so ein bisschen Angst, ist vielleicht zu viel, aber ein paar Bedenken dabei. Wenn man dieses Buch liest, bekommt man ganz viele mehr Bedenken, denn dieses Mörder-Gen ist natürlich, wie sicher ist denn dieser Test? Das waren so die ersten Fragen, die sich mir gestellt haben und kann ich nicht auch jemanden einfach dieses Gen unterschieben, um eine Erklärung für so manches zu haben. Also es waren viele, viele Fragen, Gedanken, die sich in mir auftaten. Die Idee finde ich wirklich gelungen. Ich mochte, wie das so ausgearbeitet wurde, welche Gedankengänge auch Davy, eine sehr sympathische Protagonistin, geführt hat und ich mochte auch, wie die Gesellschaft reagiert hat. Denn es war total wunderbares Klischee und ich glaube, eine Mehrzahl der Menschheit würde genauso ticken. Man würde zu Abstand gehen, zu diesen Menschen mit Mörder gehen und auch wenn mir es persönlich gerade bei den Freunden und dem Liebsten viel zu schnell gehen, dass sie sie haben fallen lassen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, also einen geliebten Menschen, ob man den wirklich so schnell abschreibt, war mir ein bisschen unverständlich. Auch so ein bisschen, wie sich ihre Familie verhält. Weiß ich nicht, ob das am Anfang dieser Zeit wirklich so wäre. Man ist ja hier noch ganz frisch dabei, wenn das so beginnt, erforscht zu werden. Und ich habe persönlich nicht ganz verstanden, wo kommt die Angst der Menschen her, wenn das ganz frisch ist und eigentlich noch gar nicht viel passiert ist. Weil ich glaube, der Mensch wird ja erst panisch, wenn wirklich etwas Tatsächliches passiert und man vielleicht sogar betroffen davon ist. Und mir war die Angst der Nebencharaktere zu schnell da und zu heftig da, wo ich dachte, wo kommt die her? Ich hatte noch nicht den Eindruck, dass das so viele schlimme Dinge passiert sind, die man auf dieses Gehen irgendwie hat zurückführen können, dass das so eine Angst war. Das war ein bisschen für mich anfangs so ein bisschen unglaubwürdig. Aber ich glaube, dass der Mensch wirklich so tickt. Und da nehme ich mich auch gar nicht raus. Ich glaube, dass wenn uns lang genug etwas Angstflößendes erzählt wird, dass wir es irgendwann glauben oder uns zumindest der Masse wahrscheinlich anschließen. Das ist ja ein ganz politisches Thema aktuell. Und dass Angst eben etwas in uns schürt. Und da brauche ich auch gar kein Gehen dazu, sondern ich glaube, das ist einfach jeder Reflex des Menschen. Irgendwann lernt man, Feuer ist heiß und fasst nicht rein. Hat es jemand tatsächlich danach nochmal ausprobiert? Vielleicht wird uns das einfach nur erzählt, damit es uns erzählt wird. Und vielleicht ist Feuer gar nicht heiß. Also bitte macht jetzt nicht den Selbsttest. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man hat Dinge eben über Jahrhunderte gelernt, auch einfach durch die Entwicklung des Menschen und zweifelt da auch gar nicht dann irgendwann mehr dran. Und so ist das eben mit dem Gehen auch. Was ich ganz klasse fand, war wirklich der schnelle Stil der Geschichte. Ich kann mich erinnern, dass Firelight auch eine sehr schnelle, lebendige Geschichte war. Und ich bin hier durchgeflogen. Ich hatte die ersten 200 Seiten so in einem Rutsch inhaliert, war total gebannt, total gefesselt und fand es unglaublich spannend und wollte unbedingt wissen, wie geht es mit Davy weiter? Was passiert mit ihren neuen Schulkollegen? Was sind diese Internierungslager? Wie geht es auf dieser Welt? Bevorzugt sind wir hier natürlich in den USA weiter. Was passiert mit den Menschen, die sich nicht ergeben mit diesem Mörder? Gehen und irgendwo hinflüchten? Wir bekommen Eindrücke von Mexiko, von Kanada. Und das sind so Dinge, die ich unglaublich toll fand. Und man hat hier auch immer mal so Erzählschnipsel drin, also die Briefe zwischen verschiedenen Ärzten, die man eben einfach näher greifen kann, um auch die Hintergründe der Geschichte einfach besser zu verstehen. Und man ist einfach so in dieser Geschichte gefangen, dass es mir wirklich schwer fiel, nach diesen knapp über was 200 Seiten aufzuhören. Am nächsten Tag hingesetzt, weitergelesen. Ich glaube direkt nochmal 150 Seiten gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte das Buch denn insgesamt. Ja, es waren dann nicht ganz 150 Seiten. Es sind 380 Seiten. Es waren dann wahrscheinlich nochmal 120 Seiten. Und heute früh habe ich tatsächlich dann die restlichen 40, 50 Seiten zu Ende gelesen. Es war unglaublich spannend, packend und ich glaube, das Erschreckende daran ist, dass es gar nicht so weit weg ist. Dass man sich das einfach so vorstellen kann, wenn es so etwas gibt, wenn uns erzählt wird, es gibt ein Mördergen und man kann darauf böse Dinge beruhen, werden wir da nicht alle irgendwo mehr oder weniger erstmal erleichtert. Juhu, es gibt eine Erklärung für all den Wahnsinn auf dieser Welt. Blöd ist nur, wenn man halt selbst das hat. Und dann eben auch die Entschuldigung mancher, ja, ich habe ja das Gen, ich musste ja so agieren. Und ich glaube, ich glaube einfach daran, dass das tatsächlich so sein könnte. Dass wir Menschen einfach so ticken, dass die Mehrzahl der Menschen vielleicht so ticken und dass wir uns davon wirklich mitreißen lassen und wenn uns es selbst trifft, vielleicht manchmal einfach so und jetzt erst recht. Und ich glaube, dass Menschen tatsächlich in solchen Situationen, dass das nicht so unrealistisch ist, wie man es glauben mag. Es ist Fiction, keine Frage. Und es ist sehr düstere Fiction an mancher Stelle. Und es ist auch unglaublich brutal an mancher Stelle, wo ich mir denke, puh, das ist schon echt heavy. So ist der Mensch. Und es hat mich einfach total gebannt, total gefesselt, total begeistert. Und ich glaube, dass das wirklich ein Werk ist, was Fiction-technisch mich dieses Jahr wirklich jetzt schon als Highlight mitgenommen hat, weil ich es wirklich unglaublich spannend und so echt fand. Also ich konnte mich da so gut reinversetzen und das hat mich teilweise auch wirklich erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, jetzt tickst du genau so, wie das eigentlich erwartet wird. Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, war eben zu Beginn die große Angst, wo ich nicht verstand, wo kommt sie her, wenn das alles so ganz frisch ist. Und mir hat ein bisschen Widerstand gefehlt. Ich habe von Davy ein bisschen mehr Widerstand, Rebellion erwartet, wie es ja so oft in Dystopien ist, dass es dann eben einen gibt, der dagegen sich auflehnt. Und das hat mir bei Davy ein bisschen gefehlt. Es kommt gegen Ende und es gibt ja einen zweiten Band. Das heißt, ich glaube, dass man wirklich einfach so den guten Mittelteil gewählt hat, dass man nicht schon am Anfang des Pulver sozusagen verschossen hat. Und das ist natürlich jetzt das Gemeine an einem, dass es einen zweiten Band gibt, dass man wieder erwartet. Davy ist ein absolut genial gelungener Charakter, wie ich finde. Ich mag sie unglaublich gerne. Ich konnte ihre Gedanken gut nachvollziehen. Mir hat wirklich noch ein bisschen die Rebellion gefehlt. Wer mich auch sehr geil fand, war Sean. Das ist eben ihr neuer Schulkollege, der auch auf diese Sonderbehandlungsschule mitgehen darf. Und auch Gil, den ich super sympathisch fand. Ich mag auch Sabine, auch eine Mitgefangene in dieser Schule. Und ich mochte, wie das so eingespielt hat. Und ich mochte eben auch diese derben Charakter, die einfach drauf anlegen, weil es ist ihnen ja sozusagen im Blut. Und es war einfach so realistisch, so greifbar und dadurch so erschreckend und düster und unspannend und packend. Und es hatte so alles, was ich mir von der Dystopie eigentlich wünsche. Und ich bin ein Dystopiemädchen. Neben Fantasy mag ich und mochte in der Vergangenheit sehr gerne Dystopien. Und da gehört dieses Buch jetzt auch einfach dazu. Und Sophie Jordan hat es einfach geschafft, mich echt zu flashen, mich echt zu begeistern, mich sprachlos heute Morgen zurückzulassen. Und so gierig darauf, dass hoffentlich bald der zweite Band erscheint. Also ich weiß gar nicht, ob es den englischen zweiten Band schon gibt. Wäre tatsächlich mal wieder ein Buch, wo es sich lohnen würde, einfach weiter im Englischen loszulegen. Und ich habe auch mir etwas rausgesucht, markiert, weil ich das sehr gut fand und dachte, irgendwie hat es so ein bisschen die Geschichte getroffen. Träger des Mördergenes sind das Krebsgeschwür dieser großen Nation. Und wie bei jeder anderen Krankheit besteht die einzige Überlebensstrategie darin, es mit Gift zu bekämpfen. Das ist Dr. Wainwright vor dem amerikanischen Kongress. Und das ist schon heavy, ne? Ja, also das Buch, absolute Empfehlung. Wer Dystopien mag, wer Fiction mag, wer es schnell, spannend, packend mag, wer sich mit dem Gedanken dieses Mördergehens und ob das tatsächlich vielleicht so greifbar ist, gerne beschäftigen möchte. Das ist, ja. Ja, wie ihr merkt, Begeisterung pur. Ja, es war doch eine tolle Lesewoche. Jetzt schläft mir gerade der Fuß ein. Und das ganz ohne Mördergehen. Eine sehr, sehr tolle Bücherwoche. Sehr packend, sehr spannend. Es wird weitergehen bei mir mit einem Hörbuch, was ich aus meinem Audible-Abo jetzt heruntergeladen habe, weil ich habe ja jetzt schon zwei Wochen mein Guthaben und konnte mich gar nicht für irgendein Hörbuch entscheiden und werde jetzt hören. Jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen und mein Handy liegt da oben. Ich werde auf jeden Fall ein Hörbuch hören, weil ich morgen auch ein bisschen unterwegs sein werde und eben als Nicht-Fahrer sozusagen. Und dann kann ich wunderbar Kopfhörereien und Landschaft genießen und einfach ein bisschen hören. Und ich denke, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch so in diesem Monat, wird das letzte Werk sein, was ich höre. Ich glaube, es sind sechs Stunden, sieben Stunden Hörzeit. Und ja, das werde ich mir zu Gemüde führen. Und es ist etwas hoffentlich gefühlvolles, schnulziges, Triefendes, was ich nach all der mittelalterlichen Brutalität von der Clash of Kings und Dystopie brauche. Ich sehne mich jetzt nach einer Liebesgeschichte und ich komme echt nicht auf den Namen des Bugers. Also es ist echt entsetzlich. Also es ist auch ein neues Buch. Ich blende es euch einfach mal ein. Es ist eine Katastrophe. Es ist, glaube ich, diese Woche auch erst erschienen. Zumindest auf Audible war es jetzt diese Woche erst verfügbar. Stand da auf der Merkliste. Ich komme nicht drauf. Meine Güte, das ist eben, wenn man über 30 ist, da. Das ist einfach. Ja, etwas nötiger Ernst muss jetzt noch gewahrt werden. Ihr seht auf jeden Fall das Buch. Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall gehört. Meine Gott, mir fällt es echt nicht ein. Zum Glück habe ich in der Arbeit ein Namensschild und weiß dann, wie ich heiße. Ja, was gab es diese Woche? Es ist echt schlimm. Es ist echt weg. Was gab es diese Woche noch? Ich habe meinen Gutschein bei Amazon eingelöst durch das audibleweb.de Abo, wo man ja nicht nur die ersten sechs Monate für 3,95 hört. Da hat man ja auch einen Amazon-Gutschein von 10 Euro bekommen. Und der ist diese Woche bei mir angekommen und ich musste gar nicht lange überlegen, was ich bestelle. Ich habe einmal Game of Thrones Staffel 5 vorbestellt. Ja, kommt ja jetzt im März. Und ich habe mir ein Buch bestellt. Und ich, ja. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Es ist Westeros. Ein Riesenbuch, ein Riesenwerk. Die Welt von Eis und Feuer. Und es ist im Grunde so ein Geschichtsbuch. Also es ist auch echt riesig. Es ist dick. Es kostet 30 Euro und hat jetzt durch den Gutschein eben nur 20 sozusagen gekostet. Also nur, aber ja. Also ich kenne ja so Meisterwerke und so Zusatzbücher von Mittelerde, von Herr der Ringe. Und wir haben hier wunderschöne Bücher, Bilder drin in diesem Buch. Wir haben Erklärungen zu den Häusern. Wir haben Erklärungen zur Geschichte. Wir haben alles, was sich der Mensch wünscht. Wir haben zu Orte die Weite, die Sturmlande, Dorne jenseits des Königreiches. Wir haben die Häuser. Wir haben die Flusslande. Wir haben die Könige. Wir haben alles, was es ja an Geschichte zu diesem, zu dieser Welt gibt hier drin. Und ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Ja, ich bin einfach in diesem Fieber. Ich kann es nicht ändern und ich will es auch gar nicht ändern. Und mich packt es einfach. Und ja, es ist echt ein Wahnsinnsbuch. Meine Katze hat schon reingebissen. Ja, das ist Katze. Furchtbar. Also es ist, ihr seht wirklich, es ist ein Riesenwälzer und es sind wunderschöne Bücher drin. Bücher? Es sind wunderschöne Bilder in diesem Buch drin. Und ich bin da wirklich total gefesselt. Also ich könnte da stundenlang hier mit reinschauen, mit rumwühlen und alles nochmal so intensiv erleben. Und ich kann nicht anders. Ich bin da einfach Freak und Fan und finde das toll. Ansonsten diese Woche, was noch so ein bisschen bei mir passiert. Ja, ich habe Game of Thrones Staffel 2 angeguckt. Allerdings erst die Hälfte fünf Folgen. Ich werde das jetzt immer morgens angucken. Ich habe morgens jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich ab Dienstag ein bisschen später anfange. Will aber trotzdem einfach so ähnlich aufstehen, damit ich eine Frühstücksbegleitung habe. Und kann mir morgens einfach so eine halbe Stunde länger Zeit lassen und werde da einfach ein bisschen Game of Thrones schauen. Also so beim Schminken und dem ersten Glas Saft. Und ja, ich kann es nicht. Ich kann nicht anders. Und es wird, denke ich, einfach nahtlos weitergehen, weil ich ja eine Beschäftigung morgens brauche. Weil um halb sieben, sieben macht man noch nicht viel anderes als einfach aufwachen. Ansonsten die letzte Woche. Was haben wir da ein bisschen getrieben? Waren wir lecker essen? Bei uns hat ein Brasilianer aufgemacht, der aber gerade an dem Tag Ruhetag hatte, was irgendwie blöd ist. Aber gut, was gibt es noch? Ich glaube, es gab die Woche nichts Buchtechnisches, Musiktechnisches. Bin ich nach wie vor auf dem Ed Sheeran Trip und mag auch The Dark Tenors. Ich höre auch im Auto gerade Adele wieder. Ich mag dieses Album unglaublich gerne und ja, es gibt glaube ich sonst gar nichts diese Woche zu erzählen. Sie war sehr Shopping Queen-lastig. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Meine Mama und ich nehmen uns das ja gerne nachmittags mal auf und gucken da abends einfach mal rein und ja, nehmen und schauen uns das Aufgenommene sozusagen an. Ja, ich glaube, das ist so Buch- und Lesetechnisch soweit. Ja, nächste Woche wird es den Wochenrückblick erst am Sonntag geben, denn Samstag werde ich, wenn jetzt nichts gar irgendwie Großes dazwischen kommt, in Regensburg sein. Es gibt das dritte bayerische, weiß, nee, weiß-blaue bayerische Booktuber-Treffen in Regensburg. Wir treffen uns gegen 10 Uhr am Burger King am Hauptbahnhof, was also wirklich nicht, glaube ich, zu verfehlen ist. Der Regensburger Hauptbahnhof ist doch ein bisschen kleiner und gemütlicher. War ich schon drei, vier Mal und freue mich auf die Leute, die da alles sein werden. Und wer natürlich von euch in der Nähe wohnt oder gar in Regensburg, wäre natürlich cool, wenn ihr auch einfach mal vorbeikommt. Ich weiß noch nicht, was so, ob überhaupt was geplant ist, aber ich freue mich einfach auf die Menschen, die da da sind, dass man sich einfach wieder persönlich ein bisschen austauschen kann. Und dann ist ja zwei Wochen später, also heute in drei Wochen sozusagen, auch schon die Leipziger Buchmesse. Also es geht jetzt im März Schlag auf Schlag mit dem Buch-Highlight sozusagen. Und gerade die Messe ist natürlich auch wirklich für mich so ein Highlight bei, ja, da einfach ganz besonderen Begegnungen und so wieder auf mich warten. Ich mich da echt freue. Und ja, der Presseausweis ist ja schon da, kann also fast nichts mehr dazwischen kommen. Und dann habe ich eine Woche Urlaub. Nach der Leipziger Buchmesse habe ich eine Woche Urlaub. Ist ja die Woche vor Ostern. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich möchte wahrscheinlich meine Küche renovieren, wenn es nicht doch erst das Schlafzimmer wird, je nachdem, ob ich jetzt eher einen Teppich kaufe oder eher Arbeitsplatten für die Küche. Und ja, auf jeden Fall ich dann Urlaub. Das ist dann auch schon der März. Der ist ja im Grunde schon am Dienstag geht es mit März los. Was erwarten euch für Videos in der kommenden Woche? Auf jeden Fall die Neuzugänge aus Februar. Und dann muss ich mal gucken, ob es ein Tag wird oder ein Vlog oder was ganz anderes. Muss mal gucken. Ich habe da so noch ein bisschen was in Überlegung und mal gucken, wie ich dazu komme, das abzudrehen und zu machen. Ja, ich werde jetzt das schöne Wetter genießen. Die Sonne und rausgehen. Zwar schön eingemimmelt, aber einfach mal eine Runde spazieren gehen und freue mich da einfach drauf, jetzt ein bisschen Sonne zu tanken. Und ja, morgen geht es shoppen. Es ist bei uns in der Nähe verkaufsoffener Sonntag und das werde ich nutzen, weil ich da sonst seltener hinkomme. Und eigentlich fühle ich nur diese zwei, dreimal im Jahre, wenn da verkaufsoffener Sonntag ist, weil es doch auch ein Stück zu fahren ist. Und ja, werden uns da ein schönes Wochenende machen. Und dann geht es Montag ja schon wieder los mit Arbeit. Diesmal am 29. Februar. Alle dran denken. Dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr. Und meine Katzen gucken mich an. Ich glaube, wir haben Hunger. Es ist Mittagszeit. Und ja, wird es gleich Mampfi geben. Für die Katzen. Für mich irgendwie. Vielleicht auch eine Kleinigkeit. So, das war es jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Ihr findet alle Infos in der Infobox, auch die Bücher und Sonstiges. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss, eure Steffi.